Megan Thee Stallion rechnet in ihrem aktuellen Song Hiss mit ihren Hatern ab. Obwohl Megan niemanden namentlich nennt, fühlt sich Rapperin Nicki Minaj angesprochen. Lee Stallion erwähnt in ihrem Track den sogenannten Meghans Law. Fans glauben, dass dies eine direkte Anspielung auf Nickys Ehemann und Bruder sein könnte. Grund dafür ist deren kriminelle Vergangenheit. Sie wurden des Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen juristisch belangt. Nicki Minaj geht das zu weit und schießt zurück. Dabei gerät dieser Beef nun so krass aus dem Ruder, dass Nickys Ultra-Fans dazu aufrufen, das Grab der verstorbenen Mutter von Megan zu beschädigen. Wir haben alle Hintergrundinformationen für euch zusammengefasst. Wir sprechen jetzt über den Streit zwischen Nicki Minaj und Megan Thee Stallion und sagen euch, was wir davon halten und was überhaupt abgeht. Not good! Not good! Not good! Ich sag's euch. Es wird richtig düster. Also kleine Trigger-Warnung für Leute, die bei Themen wie Missbrauch, ja, dass sie triggert oder was auch immer. Wir sind euch nicht böse, wenn ihr diese Folge skippt. Aber es muss so gesagt werden. Ja, es wird düster. Für all die, die uns hören, hört uns auf Podimo, wenn ihr für das Abo zahlt und folgt uns auch gerne auf Instagram, TikTok, wenn ihr uns auch sehen wollt, auf YouTube unter okchowpodcast. Yes. So, wir springen jetzt direkt rein ins kalte Wasser. Piranha-Becken. Oh mein Gott, literally. Am 26. Januar veröffentlichte die gute Megan Thee Stallion ihren Song His. His. Auf dem Track spricht sie verschiedene Aspekte ihres Lebens an, ihres Erfolges, ihrer Herausforderung, denen sie sich stellen musste und rechnet damit auch mit allen aus der Rap-Szene ab. Besonders eine Person fühlte sich extrem angesprochen, das war die gute Nicki Minaj. Was ihr durch den Strich ging, war die Verse oder der Vers, der Vers, ne? These hoes don't be mad at Megan, these hoes mad at Megan's law. Also, diese hoes sind nicht wütend auf mich, diese hoes sind wütend über Megan's law. Sie war so wütend darüber, dass sie eine Stunde nach Veröffentlichung des Songs auf Instagram live ging und da schon ihren Diss-Track Bigfoot anteaserte, der dann auch drei Tage später veröffentlicht wurde. Währenddessen richtig wilder Livestream, Twitter-Rank, sie hört seit dem 26. Januar nicht auf, gegen Megan zu schießen. Das muss man erstmal geschafft haben. Allein dafür gibt's schon ne Krone, schreiben so viele. Kriegt das mal hin, ne 41-Jährige so sau auf dich ist. Ohne sie namentlich zu nennen, flippt sie aus. Ja, wirklich, spiraling. Damit ihr wirklich versteht, warum, ich kann's gewissermaßen verstehen, weil das ist schon ein übelster Diss ihr gegenüber. Falls ihr ihr gegenüber gerichtet habt, weil wir wissen das ja einfach nicht. Ja, aber es muss ja nicht gegen sie sein. Aber erklär mal erstmal, was Megan's law überhaupt ist. Also, das Gesetz wurde 1996 erlassen und dieses Gesetz beauftragt das Justizministerium, die Öffentlichkeit über bestimmte registrierte Sexualstraftäter zu informieren. Das bedeutet ganz konkret, es gibt so eine Datenbank, die von jedem in den USA einsehbar ist und dort müssen sich Sexualstraftäter innen registrieren und ihren Wohnort nennen. Mittlerweile hat fast jeder Bundesstaat, ne, irgendeine Form dieses Gesetzes. Was hat das jetzt mit Niki zu tun? Und warum fühlt sie sich überhaupt angesprochen? Es geht ganz konkret um ihren Ehemann und ihren Bruder. Beide sind nämlich registrierte Sexualstraftäter. Was für eine Familie. Nikes Ehemann. So, sie ist mit ihm seit 2018 zusammen und halt auch mittlerweile verheiratet. Beide kennen sich aber wohl seitdem sie 16 war und er 20. 1994 missbrauchte der damals 15-Jährige Kenneth ein 16-jähriges Mädchen. Sie erstattete umgehend Anzeige. Er wies die Entschuldigung natürlich ab. 1995 wurde er aber dann in fünf Punkten angeklagt und wegen versuchter Vergewaltigung für schuldig erklärt. Er saß vier Jahre im Gefängnis. Seitdem ist er halt ein registrierter Sexualstraftäter und muss sich regelmäßig bei den Behörden melden, um seinen Aufenthaltsort zu kommunizieren. Dabei bleibt es aber nicht. 2002 erschoss er einen Mann und wurde auch dafür schuldig erklärt und musste sieben von zehn Jahren im Gefängnis absitzen. Diese zwei Vorverurteilungen oder diese zwei Verurteilungen und zwölf weiteren Festnahmen stören Niki nicht. Die jegliche Kritik prallt an ihr ab. Zwölf weitere Festnahmen. Explizit zu der einen Sache von 1994 sagt sie, er war 15, sie 16 in einer Beziehung. Aber klar, Internet, schieß dich ruhig drauf ein. Ihr könnt mein Leben nicht führen. Ihr alle könnt nicht mal euer eigenes Leben führen. Sie relativiert halt das, was passiert ist. Er wurde verurteilt. Wir wissen, wie schwer es ist, eine Verurteilung zu bekommen für diese Art von Verbrechen. Jetzt wird es richtig düster, Leute. Es geht um Nikis Bruder. Jelani Mirage wurde im Dezember 2015 wegen des sexuellen Missbrauchs seiner Stieftochter verhaftet. Er missbrauchte seine damals elfjährige Stieftochter, während seine Frau und halt Mutter des Kindes auf der Arbeit war. Niki Minage kam für seine Kaution auf und postete auch im Anschluss ein Familienfoto. Ihren Bruder seht ihr links hinter ihr. 2017 wurde aber dann für schuldig befunden. Strafmaß lautet 25 Jahre bis lebenslänglich. Während Niki in ihrem Character-Reference-Letter ihn als geduldig, sanft, authentisch und selbstlos beschrieb, ließ der Richter verkünden, sie haben dieses Kind ruiniert. Daraufhin folgt noch echt noch ein krasserer Satz, den wir aber jetzt hier nicht wiederholen wollen. Also es war sehr, sehr, sehr schlimm. Ihr könnt euch auch dahingehend informieren. Es ist eine richtig düstere Geschichte. Ich habe mich dann gefragt, okay, warum streiten die sich überhaupt? Warum könnte Megan sie gemeint haben? Weil eigentlich ja alles okay war. 2019 kam ja deren gemeinsamer Song raus, Hot Girl Summer. Und auch davor und danach war es relativ friedlich. Bis 2023 Niki ihr Album Pink Friday 2 veröffentlichte und in ihrem Song FTCU folgendes rappt. Stay in your Tory Lennis Bitch, I'm not Iggy. Damit meint sie Iggy Azalea, die einen Character-Reference-Brief für Megan schrieb, um sie vor Gericht gegen Tory zu unterstützen. Was ist jetzt mit Tory Lennis und Megan Thee Stallion los? Er schoss 2020 ihr in den Fuß und sie war dann im Krankenhaus und wurde dann auch operiert. Beide hatten halt was am Laufen. Es war so eine klassische Situation-Ship, offen. Und auf einer Party von Kylie Jenner eskalierte es zwischen ihr, ihm und einem anderen Girl, mit dem er was am Laufen hatte, dass er sie plötzlich anschoss. Das war man ja einfach mal. Gestört, richtig gestört. Als Megan über die Ereignisse sprach, wurde ihm der Prozess gemacht. Er wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt. Das wirklich traurige an der Geschichte ist, wie man damit umging. Sie wurde krass durch den Kakao gezogen. Sie hat natürlich sehr viele SupporterInnen gehabt, vor allem KollegInnen, aber ganz viele haben das gar nicht ernst genommen. Drake war auf ihr vorgelungen zu haben. Der Baby, über den haben wir auch mal gesprochen, lud Tory Lennis auf die Bühne, als er nach Megan ein Act hatte. 50 Cent machte sich zuerst auch darüber lustig, bis er darauf aufmerksam gemacht wurde, dass das wirklich passiert ist. Und er war dann so, oh shit, das klang so absurd, dass ich das nicht glauben konnte, als ich ihn schulde ich dafür. Och, zum Glück. Und auch mit denen allen rechnet sie in diesem Song wahrscheinlich ab. Ja, man hat ihr ja nicht geglaubt, oder nicht alle haben ihr geglaubt, weil sie ja auch so ein bisschen ihre Geschichte ja verändert hat. Weil sie ja am Anfang Tory Lennis verteidigt hat, weil sie ja auch was hatten. Sie meinte, sie sei irgendwie auf Glasscherben getreten. Genau, richtig. Weil sie Angst vor der Polizei hatte. Genau, was als schwarze Person ja auch klar ist. Ja. Und vor allem, man weiß ja auch, wie die Rap-Szene ist oder generell, ne? Und sie wollte ihn wahrscheinlich einfach schützen, aber hat dann gemerkt so, ey. Ja, ich wurde einfach in den Fuß geschossen. Ja. Ja, richtig düster. Sie veröffentlicht auch, also wenn das interessiert, in der Elle einen Artikel, in dem sie über das Trauma spricht, die Zeit danach und auch ihre mentale Gesundheit, weil sie sagt auch, sie ist halt in eine Depression verfallen. Also ihr ging es nicht gut, wir haben auch relativ lange auch nichts mehr von ihr gehört. Und dennoch habe ich mich gefragt, was hat Nicki out of the blue? Weil was ist zwischen 2019 und 2023 passiert, dass Nicki irgendwie dann jetzt gegen sie plötzlich schoss? Mhm. Es gibt ein paar Vermutungen. Mhm. Ähm, wir wissen, dass Nicki Minaj und Cardi B sich gar nicht gut verstehen. Und 2020, also ein Jahr nach Hot Girl Summer, hat ja Cardi B mit Meghan kollaboriert für Wet Ass Pussy. Mhm. Das könnte es theoretisch sein. Warum Cardi B und Nicki sich streiten, irgendwie alles und nichts. Geht in dieses Rabbit Hole rein. Das sprengt den Rahmen jetzt. Wir können auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Wir können ja drauf aufbauen, wenn es wieder was Neues gibt, ja. So. Ähm, dann wird vermutet, ähm, dass Nicki generell einfach kein Girls Girl ist. Und deswegen hat sie einfach dagegen geschossen, weil alle irgendwie dagegen geschossen haben zu der Zeit. Und das war halt irgendwie cool und lustig wahrscheinlich für sie. Eine andere Vermutung. In Isaiah Factor, das ist so eine Sendung von Fox irgendwie sowas, habe ich auf YouTube gefunden, hat so eine Boulevardfrau namens Simone gesagt, dass Nicki wohl wütend auf Meghan war, weil sie sie versucht hat, dazu zu ermutigen, Alkohol in einer Zeit zu trinken, in der sie versucht hat, schwanger zu werden. Also Nicki hat ja auch ein Kind bekommen und sie hat ja versucht, eine Zeit lang schwanger zu werden. Und auf irgendeiner Party oder so hat dann Meghan, sie versucht halt zu motivieren, Alkohol zu trinken. Aber sie war halt nicht schwanger, sie hat halt versucht, schwanger zu werden. Das ist auch so eine Vermutung. Okay. Ja. Asilia Banks. Miss Unhinged herself. Miss Unhinged herself. Alle haben ja darauf gewartet, wann wird sie was dazu sagen. Ja. Und in ihrer Hippie-Aufmachung, ich muss sagen, ich liebe die ja. Aber die sagt richtig schlimme Sachen, vor allem, ich weiß nicht, was sie nimmt, worauf sie ist. Mit Darts und Diebev machen, weil sie echt wild ist. Sie sagt, es ist ein tiefer liegendes Problem. Und zwar geht es um Väter und Männer. Und sie sagt, Jay-Z ist der Ursprung des Problems. Jay-Z arbeitet ja mit denen allen. Und irgendwann haben wohl Jay-Z und Beyoncé Nicki Minaj fallen lassen. Und sich mehr auf Meghan konzentriert. Es gab ja auch die Kollaboration von Beyoncé und Meghan Thee Stallion. Und wir haben halt hier so ein Zusammenspiel aus Jay-Z. Die Vaterfigur, die jetzt das Kind alleingelassen hat. Dann natürlich auch Männer, die man versucht zu überzeugen in einer männerdominierten Rap-Welt. Jetzt macht einiges Sinn, was ich gleich noch... Okay, okay, okay. Das vermutet sie. Ich möchte aber wissen, wie ging es denn weiter? Weil jetzt kommen wir zum Juicy-Part. Wir haben jetzt alle Informationen, um zu verstehen, was jetzt passiert. Ich habe das alles noch im Rande mitbekommen. Ich habe nur ein paar Tweets gesehen. Und diesen Bigfoot, dieses Bild mit ihrem Mini-Fuß. Als ob das ihr Fuß ist. Ich weiß, ich würde das verletzen als große Frau. Ich habe mir vor, ich werde einen Diss-Track über dich veröffentlichen. Meine Ex-Swiegermutter meinte zu mir auch mal, Maria, du kannst nicht so große Füße haben. So Füße haben nur Männer. Sie war russisch, deswegen mache ich einen Akzent nach. Es war schon iconic, muss ich sagen. Aber es hat auch ein bisschen wehgetan. Sie hätte mal die gleiche Energy ihrem Sohn widmen sollen, aber okay. Also, wirklich eine Stunde, nachdem Meghan ihren Song His gedroppt hat, am 26. Januar erschien, Niki, auf Instagram Live. Sie ist anscheinend oft da. Oder generell war mir gar nicht bewusst, wie Instagram Live instrumentalisiert wird. Von voll viel. Für diese ganzen Beef-Geschichten. Und wir verpassen das einfach. Voll. Not anymore. Weil ich werde da jetzt auf jeden Fall mehr drauf achten. Ich glaube, wir müssen auch die Notifications anmachen bei Instagram. Ich weiß. Jedenfalls habe ich mir diesen Instagram Live angeschaut. Der geht so circa zwölf Minuten. Könnt ihr auf YouTube sehen. Genau, beziehungsweise, genau, wir blenden das ein bisschen ein. Leider ohne Ton, weil sonst werden wir geclaimt. Und man sieht sie zwar nicht. Also, die Kameras gehen irgendwie deckelgerichtet. Aber man hört sie und zwar sowas von. Sie bedankt sich erstmal BN-Fans für den Support ihres Albums Pink Friday 2. Dann spricht sie aber von einem Track, den sie jetzt ihren Fans präsentieren wird, der nicht auf dem Album drauf ist. Der erste Verse. Bad bitch, she likes six foot. I call her Bigfoot. Die bad bitch, sie ist etwa 82 Zentimeter groß. Ich kann mal sagen, was ich deutsch immer said. Ich hab's einfach mal, six foot ist halt 1,82. Ich nenne sie großer Fuß, also Bigfoot. Megan ist um die 1,80 groß. Ah. Ich denke mal, six foot war halt, damit sie es reibt. Weil 5'9 wäre jetzt auch, oder 5'11 wäre ein bisschen, reimt sich nicht. Dann. The bitch fell off. I said get up on your good foot. Die bitch fiel ab. Ich sagte zu ihr, steh auf und nutze deinen gesunden Fuß. Das ist der einzige Satz, der halt bis dato veröffentlicht wurde. Man hört immer wieder den Beat. Und sie sagt immer wieder, sie macht sich halt so drüber lustig. Sie lacht die ganze Zeit. Liebt diesen. Wer ist wirklich, die ist so verliebt in sich selber in diesem Live. Mein Gott. Genau. Und Goodfoot, also mit dem gesunden Fuß, das ist halt der Fuß, der nicht angeschossen wurde. Deswegen, also, das ist, es gibt wirklich keine Zweifel daran, dass dieser Distract über Megan ist. Gar keine Zweifel. Das kommt nämlich gleich. Also ohne sie namentlich zu nennen. Ich glaube, dass sie sie nicht namentlich nennt. So, dann bittet sie jemanden, der irgendwie abseits des Bildes ist, den wäre es nochmal zu spielen, während sich kaputt lacht. Sie wiederholt. Ich glaube, das wird irgendwie zehnmal abgespielt oder so. Okay. Dann teilweise a cappella. Dann hört man auch, ja, hört, was sie sagt, ne. Und lacht sich halt die ganze Zeit schlapp und man sieht in den Kommentaren bei Instagram Live, die hypen sie halt alle, ne. Ja, natürlich. Manche posten so, girl, go to sleep. Oder so, oder Kotze-Emoji oder sonst irgendwas. Aber die meisten sagen, yo, drop it now. Und die wissen aber noch nicht, um wen es sich handelt. Aber die meisten haben aber schon getippt. Oh, girl, ne. Und ein paar haben gecheckt, dass es sich halt um Megan handelt. Dann hört man, wie sie so ein bisschen weiter Freestyle rappt, aber man versteht nur Bahnhof. Später habe ich verstanden, dass sie Megan nachgemacht hat beim Rappen. Sie hypt sich selber die ganze Zeit auf und dann sagt sie in so einer super creepy Stimme, das würde ich noch gerne einblenden, vielleicht können wir das beim Podcast auch machen. You will be running on your good foot for the rest of your sorry days. You're going to have to skip, bitch. Du wirst für den Rest deines traurigen Lebens auf deinem guten Fuß laufen. Du wirst skippen. Hüpfen. Hüpfen. Genau, du wirst hüpfen. Weil sie halt ja nur ein Fuß hat. Aber was ist so gemein daran? Ich fand das erste gemeiner als das jetzt. Warum hat sie das in so einer creepy Stimme gesagt? Ja, sie wird ja hüpfen, weil sie nur auf einem Bein gehen kann. Ach so. Richtig. Also es ist halt einfach immer wieder auf diese Fuß. Okay. Genau, darum geht es ja. Und es ist diese creepy Stimme, wie sie es halt sagt. Es ist halt einfach so. Was laberst du? The rest of your sorry days. Ja. Naja. Im Anschluss bedankt sie sich allen dafür, dass ihr Album die Chart stürmt und ihre Tour sich so gut verkauft. Und das ist halt so ein Thema, worauf ich gerade aufmerksam gemacht wurde, als du gesagt hast, dass sie von Jay-Z quasi verlassen wurde. Weil in ihren Tweets wiederholt sie auch, oder in ihrem Diss-Track auch, das Wort Monster. Und das war ja der Track, wo sie damals auch gerappt hat, wo sie auch richtig erfolgreich wurde. Und das war ja auch in Zusammenarbeit mit Jay-Z und Eminem. Ah. Und die, ne, so generell, sie beruft sich immer wieder darauf, wie toll sie ist, wie toll sie war. Und dass keiner so toll ist wie sie. Die ganze Zeit. Okay. So, dann sagt sie, I hope that was gotten back to Miss Lying Lipo. Also ich hoffe, dass die lügende Person, die Fettabsaugung bekommen hat, also Lipo Liposuction, das mitbekommen hat, was ich hier gerade sage. Sie besteht darauf, dass halt alle genau den Vers verstanden und spielt es wieder und wieder. Und dann sagt sie, not three Grammys, but can't find the beat. Drei Grammys sind die Preise, die Meghan gewonnen hat insgesamt. Niki hat noch kein Grammy Award gewonnen. Ich wollte gerade fragen. Ja, okay. Sie wurde aber 15 Mal oder 12 Mal nominiert. Und es gab auch ein riesen Fauxpas bei den Grammys dieses Jahr. Warum auch immer tweetete die Grammys, dass Niki einen Preis gewonnen hat. Löschten es kurz darauf. Und dann hat eine andere den Preis eigentlich gewonnen. Sie ist der Leonardo DiCaprio? Der Rap-Szene. Der Musik-Szene, ja. Ich meine, generell muss man sagen, die Grammys sind ein Witz oft. Also jetzt mahren sich auch viele darüber lustig, dass Billie Eilish gewonnen hat. Jay-Z hat die Rede gehalten, wo er ja auch darauf aufmerksam gemacht hat, dass Beyoncé noch nie Album of the Year gewonnen hat. Und Beyoncé sah jetzt nicht so aus, als ob sie traurig darüber gewesen ist, dass er das gesagt hat. Er hat ja nicht die Bühne wie ein anderer gestürmt und irgendeiner Frau irgendwie den Pokal da weggenommen hat. Taylor, I'm gonna let you finish. But Beyoncé had the best video of all time. Oder Best Album oder so. Und man merkte auch voll, dass es Beyoncé gar nicht gut ging bei den Grammys dieses Jahr. Ich weiß gar nicht, was abging bei ihr. Aber wahrscheinlich, also die Szene ist ja wirklich durch. Aber wie schön sah Blue Ivy aus. Oh, die sah aus wie eine Prinzessin. Wirklich voll schön. Wunderschön. Ja gut, wir können uns ja dann wahrscheinlich bald auf einen Diss-Track gegen Beyoncé freuen oder so. Mal gucken. Wobei, ich kann es mir nicht vorstellen. Beyoncé wird einfach wie immer schweigen. Genau, richtig. Und sie ignorieren. So, genau. Not the three Grammys, but you can't find the beat. Also sie disst Meghan, weil sie halt anscheinend den Beat nicht finden kann. Nicht gut float. Okay. Y'all still chase the blood-cloth beat. Und da habe ich gedacht, boah, die kann schon gut rappen, ne? Also ihr, dass sie quasi, also Beat ist doppeldeutsch gemeint. Einmal Beat, schlagen des Herzens und Beat, die Musik. Blood-cloth ist ein Blutgerinnsel im Herzen. Und dass quasi der Beat sich halt so schlecht anhört wie ein Herzschlag mit Blutgerinnsel. So in die Richtung. Okay, okay. Now I gotta give you your lashes, bitch. Also jetzt muss ich dir deine Wimpern zurückgeben. Das habe ich jetzt nicht so genau verstanden. Keine Ahnung. You have three Grammys and you have to learn how to rap on the beat and being comfortable in the music. Hier ist so ein bisschen gut gemeinter Ratschlag, muss ich sagen. Hätte es nochmal gesagt, hätte es Meghan wahrscheinlich angenommen. Aber anscheinend, sie ist der Meinung, Meghan kann nicht rappen, hat keinen Flow, whatever. Okay. So und dann macht halt Nicki Meghan wieder nach. Und da habe ich es gecheckt, dass sie die nachmacht. Okay. Zum Schluss sagt sie, dass sie das nicht tun wollte. Also diesen Distract zu produzieren. Sie fühlte sich halt provoziert und dann beendet sie den Livestream. Es gibt immer einen in der Freundesgruppe, der übertreibt. Wirklich? Und sie ist die, die übertreibt. Wirklich. Und sie hört sich besoffen oder auf Drogen an. Jemand meinte auch. Muss ich das rausschneiden? Sag einfach. Dass sie sich anhört, wie wenn man abends irgendwo in einem Busbahnhof ist und da ist halt so ein Drogenabhängiger, der einfach nur brabbelt. Jemand hat sie damit verglichen. Und ich war nur so, auuuch. Ja, okay, wenn wir das jetzt mal so herablassend sagen würden. Also jemand, der halt irgendwie nicht ganz da ist irgendwie und also eigentlich, ja, aber irgendwie schon da ist. Weil ich finde, Niki hat immer eine besondere Art und Weise zu sprechen und es ist immer sehr melodisch und sehr dramatisch. Aber ich mag das eigentlich. Ich liebe ihre Interviews mit Stephen Colbert. Die beiden haben so einen Rapport. Aber da, die hört sich echt an. Die sind immer, point the music again, Jermaine. Jermaine, point the track. Wer weiß, ob die nicht besoffen war. Die war besoffen. Auf jeden Fall safe. Ja, ja, ja. Safe, safe. Oh, ja. So, dann kam der Track Bigfoot raus. Okay. Am 29.01. Wie fandest du den? Dumm. Der klingt auch... Richtig dumm. Der klingt auch nicht so geil. Der klingt halt wirklich so wie in ein paar Stunden produziert und einfach rausgehauen. Genau, richtig. Schatz, sich wirklich die Zeit zu nehmen, da war es richtig Geiles zu machen. Eine geile Reaktion darauf ist es halt so, okay, das muss einfach raus. Das ist so, das nenne ich so, das hätte in den hier, in den Entwürfen drin bleiben müssen. Das war so das, was du schreibst und jemanden hasst und einfach kein, weißt du, so einfach fuck you. Und dann nimmt man das und verpackt das in einen geilen Text. Genau. So wie Megan das gemacht hat. Weil ich finde ihren Song Hiss, da sind viele Sachen so doppeldeutig, sie könnte jeden gemeint haben, aber man weiß trotzdem irgendwie, wer gemeint ist. Sehr elegant gemacht. Das geht auch schnell. Zack, die fängt auch sofort an und dann haut die einmal drauf. Es ist kein Gute-Laune-Song, wie sie sonst hat. Und Vails ist kein Song, den ich mir jetzt so anhören würde, weil der ist irgendwie Negative Energy, weil sie natürlich sehr viel verarbeitet. Aber wirklich, Nicki kann so gut rappen, sie kann so gut sprechen, sie ist wirklich talentiert, aber das ain't it. Ja, das passiert, wenn du, genau, wenn du zu schnell reagierst, da können wir alle was draus lernen. Wir haben so daraus gelernt, dass zu schnell reagieren keinen Sinn macht. Nee, weil du immer Fehler machst. Genau, richtig. Die Folgen gibt's nicht mehr übrigens, braucht gar nicht mehr drauf zu suchen. So, ich hab mir die Zeit genommen, das mal zu analysieren. In dem Song disst Nicki erst mal Meghans Rap-Flow. Sie bringt immer wieder Eigenschaften von Megan rein, woran wirklich klar zu erkennen ist, dass sie gemeint ist. Drinking a bottle of Henny through a straw. Es gab ein IG Live, wo Megan Hennessy Whisky aus der Flasche mit einem Strohham getrunken hat. Das ist schon krass, stalkerisch. Das ist stalkerisch. Ich denk mir, wo hast du das jetzt alles her? Ja. Und der Disstrack, den hat sie sofort angefangen zu schreiben, das bedeutet, sie folgt ihr glaube ich schon länger. Meinst du, Nicki hat so ein Finster-Account? Natürlich. Oh mein Gott. Natürlich, die Frau hat doch mehrere Millionen. Wir sind alles einfach nur Menschen. Wir gehen alle kacken und wir haben alle einen Finster-Account und stalken Leute, die wir hassen. Ja. Ja. Dann gibt es eine Reference zu dem Streit zwischen Megan und ihrem ehemaligen Plattenlabel 1501 oder 1501, keine Ahnung. Der Streit wurde 2023 beigesetzt und endete damit, dass Megan jetzt eine unabhängige Künstlerin ist. Das war jetzt wieder so eine Geschichte wie mit Taylor Swift, mit Musik, Plattenlabel, was auch immer und sie ist halt jetzt genau unabhängig. Dann geht es um Megans Mutter. Und das war der Moment, wo ganz schnell alle, also viele Fans haben sich gegen sie gestellt. Ja. Pass auf. Ja. How you fuck your mother, man, how you fuck your mother, man, when she die? Wie kannst du mit dem Mann deiner Mutter schlafen, nachdem sie gestorben ist? Megans Mutter starb im März 2019 aufgrund eines Gehirntumors. War auch eine super emotionale Sache für Megan, sie hat auch darüber im Interview gesprochen, dass ihre Eltern auch ihre besten Freunde waren und so und wie sie die nachträglich also davon berührt war. Ihre Mutter war nämlich auch Rapperin. Niki unterstellt ihr, dass sie Sex mit ihrem Stiefvater hatte, kurz nachdem ihre Mutter verstarb. Woher hat sie das? Angeblich soll Megans Ex-Bestie Kelsey ihr das gesteckt haben. Kelsey und Megan lernten sich in der Uni kennen, sie waren beste Freundinnen, Kelsey war Megans Assistentin und BFFs. Wirklich unzertrennlich. Bis die Sache mit Tori Lannis passiert ist. Und den Schuss. Sie war nämlich dabei. Okay. Anstatt auf Megans Seite zu sein, hat Kelsey so ein bisschen ihre Story geändert, als es so gen Prozess ging und hatte sich sogar auch einmal mit Tori getroffen, um seine Seite der Dinge zu hören. Davon hat Megan mitbekommen, hat darüber auf Social Media gesprochen, woraufhin Kelsey dann öffentlich auch, also Megan gedisst hat, warum sie darüber spricht in der Öffentlichkeit. Dann gab es auch wieder so einen Diss-Track, auf den bin ich jetzt hier nicht eingegangen. Dann gab es wieder einen Diss-Track von Megan und die beiden sind nicht mehr befreundet. Dann gab es halt das Verfahren, 2022 glaube ich. Und Kelsey war dabei und sie hat ihr Statement geändert ein bisschen und hat dann voll oft, she pled the fifth, das ist das fünfte Amendment, wo du halt still sein darfst. Und das war halt dann zugunsten von Tori. Das war eine richtig böse Sache. Deine beste Freundin, die du seit Uni-Zeiten kennst, hier du. Du nicht. Wirklich. Warte, sie hatte Sex mit meinem Vater. Stiefvater. Der, 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 ah, oh nein, war's so. Gar keiner, gar keiner. Komm mal, komm mal. Okay, da schneiden wir mit raus. Ejo. Ich frag mich, boah, was passiert, wenn man das seiner besten Freundin antut oder man war nie wirklich best, best friends. Das ist düster, Alter. Es ist düster. Tori soll angeblich den beiden Geld geboten haben, um still zu sein. Okay, get it. Und ja, das ist ja auch so. Ich weiß halt auch nicht, inwiefern sie bedroht wurde. Ich will gar nicht so auf Kelsey irgendwie pochen, weil ich kenn die Story nicht. Wir wissen nicht, was richtig passiert ist. Trotzdem wurde Megan am Ende des Tages hintergangen. Ja. Weil das lässt sie auch gerade einfach so schlecht aussehen. Warum soll ich Lisa Kelsey glauben, wenn sie nicht einmal ein Problem hat, irgendwie eine Story? Weißt du, egal was passiert, aber wenn deine ehemals beste Freundin in den Fuß geschossen wird. Es ist nicht das Richtige, du kannst nicht lügen. Manchmal muss man einfach das Richtige tun. Ist so. Oh, weißt du. Ich hab keine Ahnung, was die Konsequenzen wären. Wenn das so eine PDD-Situation ist, wo der halt voll die Kontakte hat und du hast Angst, was zu sagen, sonst passiert dir was. Okay. Letztendlich stehen ja auch viele Leute hinter Tori Lennis. Aber das war schon eine üble Sache. Angeblich, ich hab jetzt so Kommentare gelesen, soll Kelsey das gar nicht gemacht haben und Niki gar nichts gesagt haben. Aber woher soll Niki das wissen? Es gibt keine öffentlichen Anschuldigungen, gar nichts. Megan ist auch 28, die war halt quasi dann auch nochmal jünger, 2019. Who knows, was passiert ist. Und vor allem, wenn man jetzt die Vergangenheit von Niki sieht, dass sie halt Sexualstraftäter schützt, ihren Bruder so zu schützen. Nach all dem, was er getan hat. Ja. So. Dann. In einem weiteren IG Live soll irgendwie Niki gesagt haben, dass sie den Geist ihrer Mutter raufbeschwören soll, um sich halt bei ihr zu entschuldigen. So irgendwo soll ich das gesagt haben. Naja. Das fanden viele Fans aber halt richtig beschissen. So. Dann nächster Vers. How you go on Gail King and can't cry. Nachdem Megan von Tory Laneys angeschlossen wurde, gab's halt ein Interview mit Journalistin Gail King. Dort hat sie scheinbar nicht genügend Emotionen gezeigt. Sie saß da und hat geweint. Hat sie geweint? Ja, ich hab das Interview noch gestern geguckt. Okay, gut. Deswegen verstehe ich das nicht. Sie war super emotional. Genau, aber es war ihr anscheinend nicht genug und wirft ihr halt vor, gelungen zu haben. Oh geil. Nächster Vers. This little begging whore talking about Megyn's law. Das ist jetzt der Satz. Ja. Bezogen auf die Kollaboration zwischen ihr und Megan für den Song Hot Girl Summer, den Niki angeblich umsonst für sie geschrieben haben soll. Begging. Also sie bettelt quasi. Interessant, okay. Und das ist dann, darüber hat sie auch getweetet, dass Niki ja so toll sei und sie hat mich darum gebeten oder mich angebettelt, dass ich das schreibe für sie und jetzt intergibt die mich. For a free beat, you could hit Megan raw. Niki unterstellt Megan, dass sie für einen kostenlosen Beat ihren Körper hergeben würde. Oh, also hit raw. Hit raw, ja genau, entweder geschlagen, sie soll auch angeblich geschlagen worden sein, aber auch, genau, danke für die Geste, Handgestik, sie soll nämlich auch angeblich was mit ihrem Songwriter Partizan Fontaine aka Party gehabt haben, der für sie, wer es tatsächlich für sie geschrieben hat, Niki unterstellt ja aber, dass er ihr Ghostwriter ist. Verstehe. Und Megan gar nichts selber schreibt. You still ain't topped Red Ruby. Das ist eine Andeutung auf einen weiteren Disstrack, den Niki bereits veröffentlicht hatte über Megan, wo viele aber nur spekuliert haben, dass es sich um Megan handelt. Jetzt wissen wir es. Und zwar Red Ruby Dislease, das ist glaube ich jetzt auf Pink Friday 2, da sagt sie, das ist jetzt ein neuer Track, den Vers, but I ain't fuck with horses since Christopher Reeves. So, da mal spekulierten sie halt, dass Megan gemeint ist, weil sie heißt ja Megan the Stallion. Megan Stallion ist Hengst, Hengst ist ein Pferd und Christopher Reeves hatte einen Pferdeunfall, der ist ja vom Pferd gefallen und das ist der Superman aus den 70ern, 80ern oder so und der ist dann querschnittsgelebt gewesen. Das heißt nochmal Doppeldeutschkeit mit Pferd und bla bla bla. Also, I don't know, dass sie quasi nichts mit Megan zu tun haben will, so habe ich jetzt den Vers verstanden, aber auch sehr perfide ausgedruckt. Nächster Vers, the 30 year old tea so stale. Also der 30 Jahre alte Gossip müsste man jetzt mal beilegen. Und damit ist halt die Sache mit ihrem Mann gemeint. Das ist ja nur 30 Jahre alter Gossip. Verstehe, okay. Dann kommen mehrere Verse vor, wo Nikki Megan vorwarf, sich an andere Männer ranzulassen. Da gab es halt die Sache mit Kylie Jenners Haus, ne, so gab es anscheinend auch nochmal eine Auseinandersetzung, wo sie sich angeblich mit einem anderen Mann herangemacht haben soll. Naja, an Travis Scott angeblich. Ich glaube, das müsste derjenige gewesen sein, mit dem Kylie damals zusammen war. Und angeblich warf Kylie sie aus ihrem Haus. Interessant. Was ich nicht glaube, weil Kylie ist nicht so. Aber naja, I don't know. Oh mein Gott, ich frage mich echt, wie es ist, da drin zu leben. Das einfach mal alles zu erleben. Hast du mit, die ganze Sache? Ja. Ich hab mich immer gefragt, so wie es ist, so die beste Freundin dann zu sein und alles mitzubekommen. Ja. Boah, ich glaub, das ist ne richtig wilde Welt. Richtig wild. Und ich find das aber echt krass, so die Leute, die ja ganz eng an denen sind, die sind ja alle still. Ja. Keiner sagt was. Ach, creepy eigentlich. Ja. Dann, aus dem Nichts. Why the fuck is you humping on a minor? Nikki wirft Megan vor, mit einer jüngeren Person geschlafen zu haben. Also mit einer minderjährigen Person geschlafen zu haben. Okay. I have no idea. Aber dazu gibt es gar nichts, ne? Okay. Ich hab noch gar nichts gehört. Ja. I don't think you want the next installment of this song. Ich denke nicht, du möchtest den nächsten Teil dieser Songs hören. Nikki kündigt nämlich auf Twitter an, dass sie noch fünf weitere Songs ready hat. Sollte Megan auch nur einen Mucks von sich geben oder irgendwas verneinen, was sie in diesem Disstrack gesagt hat. Oh mein Gott. Fünf. Why are you so obsessed with me? Ja. Wirklich. Genau. Dann, sie disst Megan halt weiterhin auf anderen Wegen. Sie war zu Gast bei Joe Budden, einem super problematischen Rapper auch. Also der Podcast heißt Spaces. Am 1.2. war sie da zu Gast. Und da wirft Nikki Megan vor, einen Rihanna-Moment haben zu wollen. Sie vergleicht Megans Interview bei Gay King mit Rihannas Auftritt im Jahr 2009 beim Sender CBS, wo sie über den Angriff von Chris Brown gesprochen hat. Also Nikki unterstellt jetzt Rihanna nicht, dass sie gelogen habe, aber dass Megan Mitleid haben wollte. Rihanna hat sich ja jetzt auch von Nikki distanziert, ne? Hat sie? Ja. Und ist in voller Unterstützung Megans. Ja. Rihanna ist der Girl. Sie ist Girls Girl. Auf jeden Fall. Genau. Und dann haben wir ja schon angedeutet in so einem Intro, Nikis Andeutung auf Megans Mutter führten dazu, dass Minage-Anhänger oder The Barbs, ihre Fandom, das also aufgerufen haben auf Twitter, das Grab der Mutter von ihr zu schändigen. Es ist nichts passiert. Es wurden erhöhte Sicherheitsmaßnahmen jetzt von der Polizei dort getroffen. Und ja. Oh wei, oh wei, oh wei. Wie traumatisch ist das, dass du Angst haben musst, dass das Grab deiner Mutter geschändigt wird? Was stimmt denn auch nicht mit den Leuten? Ich frage mich, was hast du für eine Fangemeinde, die sowas tut? Die sind ja eh alle super problematisch, doxen ja auch die Adressen von jedem da draußen, der sich in irgendeiner Form kritisch zu ihr äußert. Da gab es echt eine krasse Phase, da waren die richtig stark. Man muss Angst vor denen haben und das finde ich crazy. Also was sagt das über dich als Künstlerin aus, wenn du so eine Fangemeinde hast? Und du hast ja auch, ich meine wir vergleichen uns jetzt hier nicht mit Nicki Minaj, aber teilweise haben wir auch gemerkt, wenn wir über bestimmte Themen reden, dass sich unser Publikum auch geändert hat. Dass sie der Meinung sind, sie können uns bestimmte Sachen schreiben, nicht uns beleidigen per se, sondern andere Leute beleidigen, andere Stars, was auch immer, wo ich dann auch das lese und mir denke, Moment, warum ziehen wir solche Leute an? So, ich weiß, dass wir manchmal Kritik dafür bekommen, dass wir uns über das Aussehen so von Promis hier und da mal lustig gemacht haben und mir tut es auch leid, weil so bin ich eigentlich nicht und ich möchte auch nicht, dass wir so rüberkommen und ich möchte solche Leute nicht in unseren DMs haben. Kein Bock. Du ziehst halt das an, was du selbst rausgibst. Genau. Das war halt ganz krass, wo wir halt über Dschungelcamp auch gesprochen haben, eine Woche lang, wo auf einmal Leute der Meinung waren, die könnten sich rassistisch linder gegenüber äußern und wir würden das unterstützen. Neffa. Ja. Naja. Schwierig. Ich möchte aber noch ganz kurz auf Nikis eigenes problematisches Verhalten eingehen, weil wir sprechen ja… Wer im Blashaus sitzt, ne? So, weil viele, oder beziehungsweise Niki sagt, ja hört auf, euch ständig auf diese Sache einzuschießen mit meinem Ehemann und mit meinem Bruder, aber Leute sagen da, Girl, es geht nicht nur darum, du selbst warst in der Vergangenheit halt super creepy. Es gibt da so eine Sache, dass, okay, sie war ja vor 13 Jahren, das sind auch so alte Kamellen, das muss man sagen, das sind auch wirklich alte Sachen, aber ich will sie dann noch erwähnen, weil sie halt jetzt gerade, alles wird jetzt ausgegraben. Genau. Vor 13 Jahren war sie auf ihrer Tour I Am Still und ein Teil dieser Showanlage war, dass sie einem aus Publikum ein Labdance gibt. Und darunter war wohl angeblich ein 13-jähriger Junge. Es gibt das Video, das jetzt kursiert im Internet. Ich muss sagen, man sieht nicht viel. Man hört aber, wie das Publikum boot und wie der Mensch, der das aufnimmt oder jemand daneben halt so fragt, what the fuck is going on? Also was macht sie da? Das ist ja auch noch so jung aus, dass alle das mitbekommen haben noch, ey. Ja. 13. Aber wie gesagt, wir können nicht wissen, ob er wirklich 13, wir können nicht genau wissen, weil, ja, schwierig. Okay, okay. Dann veröffentlichte sie auch 2009 den Song Old Enough mit dem damals 16-jährigen Lil Twist. Und im Grunde geht es in dem Song, ja, ich weiß, ich bin nicht alt genug, aber eigentlich bin ich reif für dich. Und sie so, ja, ich weiß, du bist nicht alt genug, aber eigentlich bin ich nicht ganz toll. Und darum geht es. Hat sie nicht auch gesagt, ich will deine Lehrerin sein oder so? Ja, sowas nicht. Ich kann ihr Dinge beibringen. Dann auch eine interessante Sache. Nicki Minaj alter Ego, Roman Solansky. Das ist, wenn Nicki anfängt. Genau, wenn sie in diesen Modus kommt. Und hier vermuten auch KritikerInnen eine Anlehnung an Roman, also an Roman Polansky. Sie dementiert die Vorwürfe und hat halt dazu gerappt in stupid ho, yes, my name is Roman, last name Solansky, but no relation to Roman Polansky. So, ja, ne, so heißt ich, aber schwierig. Causa Roman Polansky, ganz kurz, 1977 hat er die damals 13-jährige Sam Geimer mit Alkoholberuhigungsmitteln bei einem Fotoshooting gefügig gemacht und anschließend missbraucht. Und, ähm, ja, der ganze Fall ist richtig weird, creepy, aber er chillt, hat bis heute in Frankreich. Er ist nämlich geflohen aus den USA. Er darf auch nie wieder zurückreisen, weil sonst wird da ein gebuchtet. Aber egal, Kapitel schließen wir ab. Das ist ein anderes Thema. Ja, die Niki, alles an ihr ist einfach irgendwie schwierig, ne? Ist super schwierig. Und ich finde, man merkt, dass die Zeiten sich geändert haben, weil sie kommt damit gerade echt nicht mehr durch. Normalerweise, ne, fluten die Babs halt jegliche Social-Media-Kanäle, man liest eigentlich nie was, also ich hab jetzt nicht so viel Negatives gelesen. Jetzt, ja, machen sich eigentlich super viele Leute über sie lustig. Sie wird halt gerade gar nicht ernst genommen, ne? Ne, wie denn auch? Ja. Unter jedem Tweet, den sie verfasst, gibt es Kommentare, die einfach sagen, Girl, bye. Halt die Klappe, lösch mal diesen Diss-Track, der ist einfach nur peinlich. Du bist 41, manche schreiben, du bist 51, Girl, calm down. Ist aber auch scheiße, das ist ja Ageism, ne? Ja, aber ich fand das irgendwie, ich musste halt lachen, wo da einer schreibt, Niki, you're 51, stop it. Oh mein Gott. Megan ist halt 28, ne? Und ja, das ist Ageism, aber irgendwo muss man halt auch schon sagen, so, du bist wirklich, du bist so lange im Business. So, manche haben halt auch wirklich gute Sachen geschrieben, ne? Du bist so lange im Business, warum, so jedes, du sagst immer, du unterstützt Frauen, dann drehst du dich um und spuckst auf diese Frauen, warum tust du das? So, voll viele Leute sind auch richtig desillusioniert. Klar gibt es Leute, so Hater, die nur auf sowas warten und dann Hass schieben, aber die, ja. Es ist anscheinend ihre Marke, ne, drauf zu hauen. Ja, und die, vor allem, ja, man kann auf die Grammys auch wütend sein, weil da gab es nämlich auch viele so Diskussionen darüber, dass sie, sie ist zum Beispiel seit 2015 geht sie zu den Grammys nicht mehr, auch Drake hat das ja auch boykottiert die letzten Jahre, obwohl er ja massig Grammys gewonnen hat, weil vor allem die Hip-Hop-Kategorie, das ist halt immer so eine große Sache. Es gab nämlich mal einen Fall, wo einer ihrer Songs nicht in der Hip-Hop-Kategorie landete, sondern in der Pop-Kategorie und sie dadurch keine Chance hatte, sie sagte, keine Chance hatte zu gewinnen und sie dadurch halt, ja, sabotiert wurde. Interessant, okay. Und, ne, ständig passieren solche Sachen und jetzt dieser Fauxpas bei den Grammys mit dem Tweet, verstehe ich, dass das irgendwie kacke ist. Und ich finde schon, dass Niki so gut ist, so von meiner Nicht-Experten-Meinung, dass sie einen Grammy verdient hätte. Die hat so einen Cultural Impact gehabt und darauf kommt es ja auch irgendwo an. Und auch, dass Beyoncé für Lemonade oder für ihre Alben, also gar nicht Alben auf der Ehe gewonnen hat, verstehe ich nicht. Wie gesagt, ich verstehe nicht, wie diese Jurys, die da sitzen, generell halt die Gewinner innen. Ja, man weiß nämlich nicht, wer die Gewinner bestimmt, so bei den Oscars weiß man nicht. Ah, weiß man das nicht? Nein, man weiß auch nicht, wer das ist. Zumindest weiß man bei den Oscars, dass es halt die Academy ist, die kann sich aber auch bewerben, um in der Academy zu sein. So, es ist halt schon, nicht wir, Amerikaner. Will Smith zum Beispiel wurde rausgeworfen aus der Academy nach dem Slap. Ähm, genau. Verstehe, verstehe. Dann kurz vor dem Release von Bigfoot hat sie halt einzelne Verse von dem Disc-Track halt gepostet und die Tweets waren halt darunter einfach auch gnadenlos. So, die machen sich einfach drüber lustig, dass es nur noch peinlich ist. Ja. Und vor allem die meisten sagen, Girl, all das, du tust all das, du hältst seit fünf Tagen nicht die Klappe wegen einem Satz. Ja. Megan hat dich sowas von. Ja. Niedergültig. Und Megan hat auch in einem Interview gesagt, ne, Hunde. Hunde, achso. Wenn du einen Hund triffst, dann wird der hollern, wird der jaulen. Ja, irgendwie so. Und sie meinte, ja, also. Wieder ein super Spruch. Ja. Hunde, die hollern. Genau. Jedenfalls, man merkt, sie ist halt verletzt. Ja. Und jetzt schießt sie halt um sich wie ein kleines Kind. Unnötig. Unnötig. Vor allem, weil es halt jetzt nach hinten für sie losgeht. Genau, richtig. Ich glaube, sie hätte sich da was anderes gewünscht. Und natürlich ihre Barb's werden für immer auf ihrer Seite sein. Aber sowas zieht nicht mehr. Nein. Wir sind in einer anderen Zeit. Man merkt, dass seit der MeToo-Ära sich so viel verändert hat. Und mir geht das auf die Nerven, dass, also gut, Moment. Hip-Hop lebt ja auch vom Beef irgendwo. Ja. Also man kennt das aus der Hip-Hop-Szene. Die Männer sind noch schlimmer als die Frauen. Muss man einfach sagen. Aber das ist so eine Art von Beef, den verstehe ich einfach nicht. Ja. Das ist so, es wird auch viel zu persönlich. Ich müsste das eigentlich auch mal angucken, was Eminem auch so gerappt hat. Weil der war ja auch der Beef-Master. Der hat ja immer zurückgeschossen und so. Aber ich finde, er hat das immer auf so eine eleganten Art und Weise gemacht. Dass man, irgendwie, das war irgendwie so cool einfach oft. Ja. Nicht immer. Er war auch oft sehr lustig. Er war lustig, genau. Nicht immer. Ich glaube, er war auch fies. Aber wie gesagt, ich hab... Die Kommentare gegen Christina Gellera fand ich teilweise echt beschissen. Aber gegen Mariah Carey. Ja, Mariah Carey, das war auch persönlich. Diese Sachen, Jessica Simpson, wo Trisha Paytas ja in dem Video da vorkam. Trisha Paytas. Das muss halt echt alles nicht sein. Und auch, der hat ja auch in der Vergangenheit, glaube ich, auch homofeindliche Sachen geäußert. Also ich will hier gar keinen supporten. Und auch andere Sachen, die noch so über ihn rausgekommen sind teilweise. Aber das ist halt so... Ja, ich versteh's halt nicht, warum Niki so unter die Gürtellinie gehen muss. Es war schlimm, was die geschrieben hat. Richtig schlimm. Ja. Aber klar, aus Nikis Perspektive ist das auch sehr schlimm, was Meghan gemacht hat. Das nochmal rauszukramen. Was ihr Bruder gemacht hat und was ihr Ehemann gemacht hat. Ja, aber wie gesagt, es war halt ein Satz und der bezieht sich halt vielleicht auch noch zusätzlich auf die Rap-Szene. Natürlich. Es ist keine Seltenheit, dass Sexualstraftäter in der Hip-Hopper auch sind. Ja, ja. Wir wissen das doch. Ja. Generell in der Hollywood-Filmbranche, was auch immer. Ja. So, das hätte ja jeder gemeint sein. Und ich denke, dass es einfach die Kombination ist aus, sie wurde, genau, das ist mir nämlich bei Jay-Z, sie wurde feingelassen von Jay-Z irgendwie gefühlt. Sie fühlt sich wahrscheinlich nicht mehr ernst genommen. Sie hat ja das Gefühl, ständig ihre Erfolge zu feiern und ihre Babs ständig anzufeuern. Sie nimmt das alles so als so Benzin, um halt weiterhin noch laufen zu können. Sie ist ja auch Mutter von einem Kind, glaube ich. Vielleicht hat sie auch das Gefühl, auch da so wieder mehr reinhauen zu müssen. Ich glaube, dass Niki ein zutiefst unsicherer Mensch ist, dass sie nicht so hart ist, wie sie tut. Und sie, ja, einfach nicht mehr als… Ja, weil das hat sie so krass verletzt, dass sie so heftig reagiert. Ja. Und sie ist ja ganz groß mit so Hintergangenwerden und so, ne. Und ich denke, die Sache mit Cardi B wird sie halt auch genervt haben. Ja. Das müsste ich mir nochmal angucken, weil Cardi B mag ich eigentlich ziemlich gerne. Schon sehr lustig. Ich finde eigentlich ziemlich auch gut. Und auch da geht die Geschichte halt so los, dass Niki sich wahrscheinlich als erstes über sie lustig gemacht hat. Cardi B wurde ja am Anfang auch so ein bisschen belächelt, ne. Was nicht fair ist, weil beide haben gleich angefangen. War Niki nicht auch Stripperin oder so? Ne, weiß ich gerade nicht. Ne, das weiß ich nicht. Das unterstelle ich jetzt gerade. Aber, ja. Es ist auf alle Fälle… Hatter Tobak. Hatter Tobak. Meghan hat sich dazu noch nicht geäußert, zum aktuellen Standpunkt. Ich glaube auch nicht, dass sie sich dazu äußern wird, oder? Boah, meinst du gar nicht? Ich meine, sie hat ja letztendlich damals auch gegen ihre beste Freundin ja einen Disstrack veröffentlicht. Aber jetzt ist es halt wirklich persönlich. Also ich glaube mit dem Grad der Mutter und so… Ja, aber wie geil ist es, wenn du jemanden auch darin auflaufen lässt und einfach nichts sagst. Guck mal, die hat sich so krass selbst in die Pfanne da mitgehauen. Alle reagieren drumherum. Ja, genau. Dann gab es halt auch nochmal so einen Vergleich zwischen dem Disstrack, der auf YouTube veröffentlicht wurde, ohne Musikvideo, der irgendwie mehr Klicks haben soll und mehr Views auf YouTube haben soll als das Lied von Meghan. Ja. Wo ich mir auch denke, ja gut, aber man will ja einfach hören, was sie halt darüber zu sagen hat. Es muss nicht sein, dass der Disstrack besser war als der von Meghan. Und dann wiederum sieht man aber eigentlich, dass Meghan mit ihrem Hit gerade auch voll viele Rekorde auch schlägt und so. Und es sagt ja keiner, dass Nicki Minaj eine schlechte Künstlerin ist oder so. Sie sollte ihren Erfolg feiern können und nicht jemand anderes runtermachen können. Und ich hätte es irgendwie gefeiert, wenn sie… Nicht gefeiert, aber sie hätte ja darauf reagieren können auf diesen Satz, aber mit so einem Nebensatz oder so. Ja. Höchstens. Ja. Aber nein, sie hat da sechs Songs jetzt vorbereitet insgesamt. Ja. Och, Nicki. Sechs Songs. Nicki. What to do. Schade, schade. Ja. Ja, wir gucken uns die Sache nochmal weiter an. Je nachdem, wie sich das weiterentwickelt. Genau, ich hätte gerne noch Meggans Reaktion noch gepostet, aber noch nichts da. Ansonsten, wir hoffen, euch hat das gefallen, das Deep Dive. Ihr habt alles verstanden. Wenn ihr Fragen habt oder mehr Infos haben wollt, wir haben ja noch unseren Podcast, wo wir vielleicht auch nochmal mehr darüber sprechen können. Und alle Barbs, bitte doxen uns nicht. Das ist schon einmal passiert. Ich komme dann nicht nochmal da durch. Ja, vor allem, wir haben freiwillig uns gedoxet. Achso, das war's ja auch noch. Wir doxen uns schon selbst. Ihr braucht das nicht machen. Wirklich nicht, bitte nicht. Für mehr Popkultur-Content folgt uns auf Instagram, TikTok und YouTube unter ok.tschau.podcast. Abonniert uns auf Spotify, wenn ihr uns lieber hören wollt. Hinterlasst uns eine Bewertung, gerne gut. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Ok.tschau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.